Evoli! Oh, ein einzelner Ohrring, den irgendjemand verloren hat! Das ist süß! Danke Evoli! So, wir sind immer noch im Rocket-Versteck und wollen jetzt Tarkosso wiederfinden. Das ist eigentlich unsere Hauptintention. Team Rocket ist ja einfach mal mit falschen Versprechen gelockt und hierher, naja, ja doch entführt. Dann muss ich erstmal gucken, was wir hier finden. Ein paar Superbälle. Und dann würde ich sagen, wir kämpfen nochmal gegen diese junge Dame hier. Hallo? Und hier muss irgendwo noch ein verstecktes Item sein, aber darum kümmern wir uns gleich. Eindringling gesichtet! Okay, Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus! Na, was hast du denn? Ein Retter! Süß und klein und kringelig! Ich glaube, kringelig ist das richtige Wort, um Retter zu beschreiben. Okay. Nice! Oh nein, er paralysiert mich! Das ist nicht gut. Ich finde es witzig, dass Giftblick paralysiert und nicht zum Beispiel irgendwie vergiftet oder so. Ich weiß nicht. Ich finde das merkwürdig. Gut, dann kämpfen wir mal mit dem kleinen süßen Kyuto weiter. Ja? Steig dich an, Kyuto! Übrigens, ich habe neulich auch gelesen, ähm, falls ich es nicht ohnehin schon in die... What? Alle Statusveränderungen wurden aufgehoben. Ähm, wenn ihr es nicht ohnehin schon in die Kommentare geschrieben habt. Aber ich habe gelesen, dass man Evoli doch nicht entwickeln kann. Es wird angezeigt, dass es geht. Aber stehen gemacht, dass Evoli es dann ablehnen wird, sich zu entwickeln. Okay. Hey! Ein Arrbock! Wir kämpfen natürlich weiter. Wir rummeln uns mit Risiko-Tag oder Wein. What the... Liebe Freunde, das Sohne, jetzt wird's krass. Ah, Kyuto macht die alle fertig. Das ist immer mein Ass im Ärmel. Kyuto hat doch nie einen Kampf verloren. Ah, oh man, keine Chance! Okay. So, wo ist denn jetzt hier das versteckte Item? Hier irgendwo? Ein Hyperheiler. Na, besser als nichts. Okay, dann geht's erstmal wieder zurück. Ja. So, wir könnten theoretisch jetzt schon... Ich würde sagen, bevor wir uns aber jetzt hier in den Kampf gegen Giovanni schlagen, gehen wir erstmal wieder ganz kurz nochmal hoch an die Oberfläche und teilen mein Team. Das finde ich ganz coolio. Na, 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 na... ...la, na, 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 na... ...la, la, la, na... ...la, la, 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 la... So... Num, 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 num... Dupi, do, pi, do, okay. Hier ist das Poké-Sendor, das geht ja relativ flott. Es ist nicht gedacht, dass wir so schnell im Pokémon-Center sind. Aber das ist gar nicht so schlecht. So. Ich heile all deine Pokémon. Und ich will nichts dafür haben. Okay, sorry. Ich war gerade im Dusel-Wusel-Land. Okay. Bam, 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 bam. Da, bala, ba, ba. Entschuldigung, ich bin immer von dieser Prismania-City-Musik so angetan. Ha. Okay. Schnell ins Rocket-Rübel versteckt, bevor ich wieder einen neuen, ähm, ja. Einen neuen, einen neuen, wie heißt das nochmal? Wenn man... Einen Ohrwurm. Genau, bevor ich einen neuen Ohrwurm kriege. Ii. Würmer im Ohr. Naja, lieber nicht. Und hiervon kriege ich, glaube ich, jetzt nicht so den Ohrwurm. Dö, 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 dö. Okay. Nein, ähm, jetzt bin ich hier allerdings eins zu tief unten. Der ist schon zukeitshoch. Das ist mein Fehler. Es tut mir leid. Ich war gerade so ein bisschen im Musikrausch. Yeah. Ja, genau. Das sieht korrekt aus. Dann fahren wir mal an. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay, ähm, und weiter geht's. Okay. Ich hätte auch das hier nehmen können. Egal. Manchmal gehen auch mehr Haare Wege. Manchmal führen alle Wege nach Rom. Oder fast alle zumindest. So. Haben wir das jetzt hier nun auch geschafft? Sehr schön. Und dann können wir jetzt hier den Aufzug verwenden. Coole Sache, das. Wir gehen erstmal ins erste Untergeschoss. Da war ja auch noch was. Ja, auch wenn nicht ganz das, was ich dachte. Hi. Sieh mal einer an. Hat sich etwa das kleine Kind verlaufen? Geht so. Aber danke der Nachfrage. So, Herr Rocket Rüppel. Ein Zubat setzen Sie ein. Das ist ja ganz interessant. Hast du sonst nichts? Mal gucken, was das wird. Hi. So, wieder volle Apeel. Ja, die Torina ist nicht ganz so stark. Muss ich ehrlich sagen. Oh Gott. Jetzt kommt sowas. Ich muss jetzt nicht. Bei mir nervenverwirrte Attacken, die verwirrte Pokémon machen. Die verwirrte Pokémon nerven mich ebenfalls. Mann. Okay, ganz ruhig. Ah, da wechseln wir mal auf Lissi-Liss. Mhm. Streng dich an, Liss. Los. Danke. Das war sehr erheiternd. Super. So, weiter geht's. Okay. Das ging einfach. Coole Sache das. So. Und der Rest des Teams erhält ebenfalls Erfahrungspunkte. Und ein Nebulag. Und dann kämpfen wir mal weiter. Aber für Texo, du kannst dich zufällig Biss oder sowas, oder? Nein. Na gut. Dann greifen wir mal weiter mit Glut an. Oh nein. Jetzt kommt der Tiefschlagspaß. Wilder Tiefschlagspaß. Los, hau rein. Das war sogar fast ein One-Hit-K.O. Aber leider auch nur fast. Dafür, dass leider mal fünf Level-Unterschied sind, ist das gar nicht mal so schlecht. Na gut. So. Perfekt. Na warum? Weiß ich nicht. Warum? Oh, hoppla. Während des Kampfes muss ich irgendwie die Tür geöffnet haben. Sind wir schon bei Giovanni? Ach nee. Jetzt sind wir hier. Okay, jetzt haben wir quasi einen Shortcut. Cool. Habe ich mich jetzt schon gewundert? Okay, dann gehen wir mal ins Vierte. Jetzt sind wir bei Giovanni, definitiv. Gibt es hier noch was Besonderes? Ein TM. Ein Item. Ein TM wäre auch gut. Ein Elixier. Das hilft uns jetzt nicht so weiter. Aber okay, dann rüste ich mich mal gegen, äh, für den Kampf gegen Giovanni. Die Dorina wird dich erst mal etwas nach hinten setzen. Wir nehmen mal den Paris nach vorne. Ich denke, da kann ja am ehesten was ausrichten. Hallo? Du, du bist doch die Knöpsel vom Mondberg. Was hast du hier verloren? Äh, ich will Tragosso retten. Was? Du bist nur wegen dieses Tragosso hier? Tja, da kommst du zu spät. Das haben wir schon längst dem Boss übergeben. Etch. Wenn du glaubst, wir lassen dich zum Boss durch. Tragosso, hast du dich gewaltig geschnitten. Äh, wir haben die Sache mit dem Fossil am Mondberg nicht vergessen. Und dafür werden wir uns jetzt mal revanchieren. Äh, du meinst Rechen, oder? Das ist nicht gut, liebe Freunde der Sonne. Okay. So hat er sich entwickelt. Na gut, die. Äh, wir fangen wir an. Donnerblitz. Wir gehen erst mal auf eins und dann gehen wir aufs andere. Ich finde, das ist eine gute Idee. Oder auch nicht. Ihr macht getrennt. Ich glaube, der Schaufler könnte ein One-Hit-K.O. werden. Ich glaube, es machen wir das mit der schlechten physischen Verteidigung. Deswegen war das gerade ziemlich stumpf. Hey, geht auch weiter auf eins. Ihr habt Angst vor Schillok. Weil es... Ach, du liebes Büschen. Weil es Schaufler kann. Schatz, Schillok jetzt... Oh, mein goodness. Äh, ja. Also, ne? Beutel. Ähm. Ich glaube, das ist mein Supertrag am besten geeignet. Ihr seid ganz schön fies. Ey, ey, ey. Hier auf mit deinen Gift-Hieb-Attacken. Ihr seid ganz schön stark. Was hat denn für ein Level? Da muss ich gleich mal gucken. Oh, nein. Nein, und vergiftet wurde vorerst auch noch. Oh, los, Schillok. One-Hit-K.O. Wow. Das war super schlecht. Oh, Burrys. Du bist der Beste. Naturalisiert. Das gibt aus eigener Kraft. Okay, dann... Volle Power so. Volle Power. Ich weiß nicht, ob... Schillok die Runde überlebt. Wir werden es herausfinden. Ui, 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 ui. Das hat wehgetan. Armer kleiner Burrys. Okay. Okay. Ich hätte mir um Schillok vielleicht weniger so machen sollen. Okay. Cool. Gut. Jetzt ist es 101. Oder halt... Nein, ich gucke nochmal nach. Es ist 201. Ähm, Lizzy Boy. Oder eher gesagt Girl. Man weiß nicht genau. Liz... Liz ist Transgender. Jetzt wird es auf jeden Fall knackig. Gut. Na, auch egal. Und wir wetzeln mal besser. Auf Kyoto. Los geht's. Hallo? Sehr gut. Es geht los. Kyoto, du schaffst das. Oh, why? Oh, wen paralysiert er? Die beiden sind echt gut. Muss ich sagen. Also, nicht unschaffbar jetzt. Aber, es ist besser. Ja, ich habe es erwartet. Ist schon gar nicht so schlecht. Ähm, eine gute alte Risikothecke. Attacke. So. Ich denke mal, das Arborg hat jetzt keine Chance mehr. Aber, war schon ein Pock. War schon ein kleines fieses Brückchen, die beiden. So, schon ordentlich Erfahrungspunkte abgestaubt. Und, Bisa Flo, wieder hart am davonleveln. Wie es halt so ist. Immer diese Knirpse, die einem einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei hatte ich diesmal so ein gutes Gefühl. Naja, war auch gar nicht mal so schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Aber es hat halt noch nicht gereicht. Okay. Fahr, bitte bloß nicht ein. Nur weil deine Pokémon ein klitzekleines bisschen stärker sind. Genau. Schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Äh, wenn diese Rotznase sich nicht von unseren Pokémon aufhalten lässt, müssen wir uns eben selbst rumgucken. Hey, Wolli, Wolli. Was? Äh, das war aber wieder ein Schuss in den Ofen. Oh, ups. Ich schlag mit meinem Rötschirm. Äh, Wolli schaut genervt aus der Wäsche. Süß. So, jetzt werden wir uns gleich Giovanni stellen. Ich weiß nicht, ob er schon kämpfen möchte. Ich hab wirklich keine Erinnerung mehr. Also der Kampf gegen Team Rocket war schon, das war schon mal ein saftiges Stückchen. Stückchen. Aber Giovanni, wenn wir gegen ihn kämpfen müssen, der wird nochmal härter. Also, ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass er sagt, so, jo, ich geh mal. Okay, bye. Und dann ist er weg. Aber, ähm, ich kann es nicht sagen. Ich möchte es aber auch nicht riskieren. Deswegen gehen wir nochmal zurück ins Pokédozent her und holen Urlaub. Es geht ja schnell. Außerdem haben wir jetzt diesen ultimativen Shortcut. So, und hallo, meine junge Dame. Aber, ich würde gerne meine Pokémon seilen. Los, los, los machen. Sehr schöne Sache, das. Okay, vielen Dank. Seine Geduld. Deine Pokémon sind in der Topf. Bitte beruhig uns bald wieder. Bitte. Bitte tu es. Okay. Das werde ich tuten tun. Nur für Sie, Lady. My Lady. La, 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 la. Oh, warte. Ach nee, da war ja bestimmt wieder noch irgendwelche Bonbons. Ich habe noch gesehen, wie Ioli wieder mit seinem Schwänzchen gewählt hat. Aber, ja, oben liegen ja noch Bonbons von mir. Die sind jetzt, glaube ich, nicht so gut. Und ich bin jetzt auch nicht so krass drauf, dass ich ja alles aufheben muss, was irgendwo rumliegt. Ich muss jetzt auch im Real Life einen Kronkorken von der Straße sammeln. So, okay. Dann geht's los, ne? Giovanni, Baby. Du und ich. Wir. Und da müssen wir gegen den Vorstand kämpfen. Oder wer auch immer das ist. Ähm, dieses Silph-Scope hat all meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt voller Überzeugung sagen, dass die Silph-Company über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Hm, dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar. Ach, die haben das Silph-Scope schon. Ah. Ich dachte, die klauen das erst noch. Okay. Wie lachhaft ein Kinderspielzeug. Aber nichtsdestotrotz. Ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit den Vorbereitungen für die Übernahme der Silph-Company beginnen, Atlas. Jawohl. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Kind? Ich habe keine Ahnung, wie du hier reingekommen bist. Da du uns obendrein noch dreist belauscht hast, lasse ich dich nicht zu einfach durchgehen. Ich bin Atlas, ein Mitglied im Vorstand von Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht, auch nicht auf Kinder. Oh, ich bin Atlas. Guck mal, wie cool ich bin. Oh, Mann. Ich trage eine Weste. Ich muss etwas Besonderes sagen. Und meine Weste kann man nicht mal vorne zu machen. Das ist ja nicht mal ein Reichsvorschluss. Oder Knöpfe. Ja, toll. Das Mock-Mock-Gebakel hatten wir doch eben schon. Ja, toll. Ein fließender Angreifer in der Mitte, der hier mitmachen möchte. Kyoto, hast du Bock? Machen wir das so? Es geht los! Es geht los! Los, Kyoto! Was? Wai, wai! Mock-Bombe! Und Kyoto ist natürlich wieder mein krassestes überhaupt. Und ist ausgewichen. Aber die krasseste hier in dem Spiel ist Kyoto ja eine Sieve. Und es ist Kyodek. In die Fresse gechallert. Oh nein, Kyoto. Kyoto, du liebst mich. Du kannst die Vergiftung durch deine Liebe zu mir überwinden, weil die Kraft der Pokémon-Kraftliebe so stark ist. Bitte. Vielleicht. Egal, wir wechseln einfach gleich. Und die Erfahrungspunkte. Oh yeah. Und Boris wird 33. Alter Sack. Und Liz wird 35. Sie werden ja mal älter. So. Okay. Es ist ein Goldbad. Na dann würde ich sagen, das ist doch perfekt für dich, Boris. Schön ein Level-Up mitgenommen. Und jetzt noch. Hojo. Jetzt noch schön Goldbadbeck haben auf jeden Fall. Hidululululululul. Die Bimster Golbert Oh, haben beide sogar dasselbe Level Hau ihn weg Fast Ich mag es, wenn sie sich immer so umdrehen zu einem Und immer so, hab ich das gut gemacht? Wie geht's? Alles cool? Super süß Ich mag Boris Die ist alle zerfleischt Und Schillow hat auch noch eine 29 erreicht Alles klar Was für eine Demütigung Tja Vergib mir, großer Giovanni Ich habe gegen ein Kind verloren Ich bin beeindruckt Es ist dir tatsächlich gelungen Atlas zu bezwingen Du hast es weit gebracht Team Rocket ist eine Organisation Für die der finanzielle Profil an oberster Stelle steht Pokémon Sie sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck Werkzeuge Mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen Ich bin Giovanni Ich bin der Kopf dieser Organisation Wie bitte? Ich dachte Ich weiß nicht Ich Also Okay, er hat noch zwei vorgekommen Okay Da bin ich mal gespannt Also Das macht mir jetzt ein bisschen Angst Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen trainieren Ich weiß nicht Ach, das sieht doch gut aus Okay Der Schlitzer war schon ziemlich gut, muss ich sagen Ah, sehr gut Huiuiui Diese blöde Katze Okay, wir haben es geschafft Und die Dorina bekommt auch noch ein Level ab oben rein Und Kyoto auch Ja, warum nicht Ein Rihorn Na, dann habe ich den perfekten Counter Encounter Bei mir sind alles Counter Lass mich schon in Ruhe So Los Bisa Floor Gefangenen in Batania Wald Und Ja Ist halt eben eins unserer Dienstältesten Sagen wir es mal so So Blättertanz Und die Sache müsste eigentlich schon fast von alleine erledigt sein Wow Das war sogar ein Rund mit K.O. Das war einfacher Als alle anderen Giovanni Kann sein, dass du schlechter bist Als deine Angestellten Was? Wie ist das nur möglich? Wer hätte gedacht Dass ich mich einmal Von einem Kind besiegen lasse? Na schön Das Tag auch so gehört dir Mach mit ihm was du willst Ah Außerdem will ich Dass du das hier nimmst Siehe es als Art Entschuldigung dafür an Dass ich dich nicht ernst genommen habe Ah Das Silphscope Du trainierst deine Pokémon offensichtlich mit sehr viel Liebe Aber meine Ziele und Beweggründe könntest du nie verstehen Ich werde mich fürs Erste zurückziehen Aber ich hoffe Dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann Tragasso Tragasso macht sich auf den Weg zurück nach Lavandia Mit Hilfe des Silphscopes Könntest du vielleicht herausfinden Was es mit den Gespenstern dort auf sich hat Oh yeah Es sind doch irgendwelche Items Oh Gott Ja Wo 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 Sitz ich gerade drauf Sitz ich gerade drauf Ah Ich check's nicht Ein Topbeleber Ja warum auch nicht Okay Alles Kalärchen Dann geht's weiter Wieder zurück Meine Pokémon heilen Eigentlich leben nicht mehr alle oder Doch Cool Okay dann zurück Und dann würde ich sagen Wir machen uns auch direkt mal auf den Weg nach Lavandia Der böse böse Geist Mir fällt übrigens gerade so auf Die Folge geht auch schon wieder relativ lang Huiuiuiui Ups Dann verabschiedige Verabschiedige Genau nein Verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch Ähm Bedanke mich bei euch fürs Zusehen Und ich würde sagen In der nächsten Folge sehen wir uns wieder in Lavandia Und dann werde ich diesen ominösen Turm hochkraxeln Und mal gucken Was die Geister dann mir so entgegen zu bringen zu haben Jetzt wo ich das Silvscope habe Huiui was ist denn hier passiert Hallo Hey du Du interessierst dich bestimmt für mich Um eine geniale Erfindung oder Du willst doch bestimmt Jede kleinstes Detail drüber fahren Ja Ja Na gut, wenn du darauf be... Oh, Moment. Miitsch! Entschuldige, ich habe vergessen, mein Megafon runterzudrehen. Ah, darf ich vorstellen? Ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Jaha, eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinesfalls zu viel gesagt. Das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen, so sieht es aus. Es gibt aber ein kleines Problemchen. Denn, obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuprobieren. Aber du, man erkennt sofort, dass du ein mutiges Mädchen bist. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik Himmelsritze beizubringen. Oh, wow, immer langsam mit dem jungen Ponita. Es scheint, als sei dein kleiner Freund selbst ganz heiß darauf, zu lernen, wie man mit einer Erfindung... Wie man mit meiner Erfindung umgeht. Kann das sein? Das gefällt mir. Dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los. Ähm, du musst erst hier und anschließend da. Moment, hier drüben. Genau, die Steuerung. Mit den Ballons geht's aufwärts. Äh, du musst hier und da. Ui, äh, verstehst du? Ui, ui! Kyoto hat die geheime Technik Himmelsrit erlernt. Mit der geheimen Technik Himmelsrit kannst du dich in Orte tragen lassen, die du im Verlauf deines Abenteuers schon mal besucht hast. Öffne dazu einfach das Spielmenü und wähle mit Kyoto spielen, um dort die entsprechende geheime Technik einzusetzen. Hier, ich schenke dir meine Erfindung. Dreh damit ein paar ordentliche Runden durch die Lüfte für mich, ja? Coole Sache das. So viel dazu. Okay, jetzt aber. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.